Kurz vorab, bevor das Video anfängt, möchte ich noch ein bisschen Werbung machen für meinen guten alten Designer, der mir schon seit Jahren sehr viele Designs gemacht hat, sehr viele, gerade für ein paar habe ich auch mal hin und wieder gezahlt, aber er hat mir so viele Designs bis jetzt gemacht, also mein Kanal besteht halt nur aus Designs von ihm, von damals von Minecraft, bis heute habe ich halt auch dann noch Paladins Designs von ihm bekommen, also er hat da sich ein bisschen ran probiert und mir schon mal zwei Banner erstellt gehabt. Jetzt habe ich halt einen neueren, der mir ein bisschen besser gefällt, weil da nicht so viele Champs drauf sind, lasst auf jeden Fall mal vielleicht bei ihm ein Like da und einen Kommentar dafür, dass er mir das Design gemacht hat, sehr nett von ihm gewesen auf jeden Fall und deswegen wollte ich halt als Dankeschön, wenigstens ein kleines Dankeschön zurückgeben und ihn mal erwähnen im Video, deswegen schaut gerne mal vorbei, lasst ihm ein Like da und ja, einen Gruß von mir, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, hey Leute, willkommen heute zu einem neuen Video und zwar spielen wir heute eine Runde Charlin, ein Champ, der schon lange, lange, lange nicht mehr in der Meta ist, seitdem Wüstenschatten genervt wurde. Und deswegen packen wir heute mal aus und versuchen mal das Bestmögliche mit ihm hinzukriegen. So, wir spielen mit Recurve, also Schnellspanner hier mit dem Deck, einfach für die Illuminations, damit weil wir immer so lange Cooldowns haben und ich finde das eigentlich nicht schlecht. Und ja, wir haben halt diesen geilen Outloss-Skin, den wir spielen können, weil der Bugsy, der Ehrenmann, einen Skinbooster rausgehauen hat, sonst hätte ich halt den, ach, ich weiß nicht, wie der Skin heißt, den anderen Skin da, den ihr vorhin im Screen gesehen habt. So, okay, let's go. So, alles klar. Danke, Ying. So, ich weiß nicht, fällig, wäre Explosive-File besser gewesen hier, allein, weil wir hier kaum jemanden gegen die Wand stunnen können, außer in den engen Räumen. Alles klar, ja, genau das ist das, worauf wir gewartet haben, und zwar einen geilen Kinesa-Headshot. Ich liebe es. Wir hatten ja, ja, wir hatten so gut wie Full-AP, 2100 Damage. Das schmeckt nicht so sehr. Das schmeckt nicht so sehr, 1000, äh, 2100 Damage. So. Oh Gott. Jetzt müssen wir ein bisschen tryharen. Also ja, warum Shalin überhaupt? Einfach mal, um die ein bisschen vergessenen Champs zu spielen. Ich glaube, Shalin hat man noch nie gesehen auf meinem Channel. Vielleicht sogar das erste Mal. Ich war mal eine Zeit lang sogar recht gut mit dem, aber... Oh, wir haben ihn gestanden, sehr nice. Aber, ähm, ja, das war auch mal länger her. Natürlich nur so lange, wie es gut sein zulässt, weil... Also wie es Team, das Gegner-Team zulässt, weil gegen die Lianen oder so ist es halt schon ziemlich schwierig. Ich finde, das meiste kann man wahrscheinlich schon mit Blastshot rausholen, aber... Oh. Oh Mann. Okay, da waren wir halt irgendwo, wo uns niemand healen konnte. So, come on, kriegen wir den. Oh, come on. Sie überlebt es halt wirklich. Das Problem ist halt bei Shalin, er macht halt ziemlich guten Damage, so als Semi. Och, come on, die Kinesa, bitte irgendwer. Okay. Ich finde, das ist echt ein großes Problem hier gerade. Das war nichts. Und die Coulons sind halt... Die sind halt so krass lang mit Shalin. Das müsste man halt echt mal ändern. So, weggesniped. Lol. Bei mir kam halt die Ult zehn Jahre später. Oh Gott, überleben wir das wirklich? Einen haben wir. Sehr nice. Das könnten wir... Oh Gott. Sehr schön. Hier non-stun. Oh, gegen Spayload genagelt. So muss das sein. Oh Gott. Boah, ich hab's so lang. Also, mit Shalin... Habe ich so lang schon nicht mehr aktiv gespielt. Ich bin jetzt immer noch ein solider... Champ, muss man sagen. Aber da haben wir den Bob-Kin auch bekommen. Aber es ist halt... Man muss halt wirklich jeden Shot treffen. Und das ist halt so ein... Mit Air-Sniper. Natürlich wäre jetzt Strix oder Kinesa um einiges besser als Shalin. Ähm... Ja, man kann mit ihm aggressiv spielen. Ist aber ziemlich schwierig. Nur wenn man halt sein Q frei hat. Und wenn man das halt nicht mehr frei hat, ist halt er 20 Sekunden cooldown. Das ist halt etwas lang. Also... Coole und sind... Ja, okay. 18 Sekunden. 18 Sekunden cooldown. Ich hab gesagt, wären 20. Naja, never mind. Und dann halt auf das F15 Sekunden. Vielleicht müsste man da ein bisschen was buffen, damit das irgendwie besser klar geht. Oder was an der Ult buffen. Dann wäre schon vielleicht sogar besser. Keine Ahnung. Aber das wäre vielleicht schon mal am Anfang. Lief eigentlich ganz solide die Runde aus, dass die natürlich gecappt haben. Maeve ist auch immer schon... Also Maeve kann man gut mit Shalin rasieren. Aber... Da muss man halt auch gut aimen für. Ich werde versuchen, glaube ich, mal ein bisschen zu flanken. Ich glaube, sie hat ein Seiler gehört in dem Fall. Haben wir aber. Oh Gott, ist alle schon tot. Na, es bringt nichts, jetzt hier noch weiter zu sein. Vielleicht müssen wir hier mal eine Runde rumcampen. Ah, doch nicht. Wir haben es gesehen. Okay. Forget it. Ist aber gut, es ist die Ash abgelenkt. Wir sind unsichtbar. Wir verpissen uns einfach mal. Und... Okay, what the fuck. Ist doch nicht abgelenkt. Was braucht das noch? Oh Gott. Ich treffe halt... What the fuck. So, versuchen wir mal den Beaker hier wegzusnacken. Und nicht bar machen. So, haben wir. Perfekt. So kann man halt noch gut Kills mit Shalin machen, aber dafür brauchen wir die Eliminations auch ein bisschen. Für die nicht so hohen Cooldowns. Sack, haben wir weg. Jetzt haben wir die Ash noch hier. Oh, nice. Aber wenn man halt wirklich gute Snipes machen möchte, kann man halt auch mit Shalin auf... Äh, gegen so eine Kinesa mit Last Shot. Kann man halt auch was machen. Das werden wir bestimmt auch nochmal spielen. Oh Gott. Das wollte ich nicht. Oh, das wollte ich nicht. Das war RIP. So, jetzt werden wir leider wieder zurückgedrängt hier. Uh. Haben wir? Oh, nee. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott. Was war das denn? Haben wir. So, sehr gut. Wie gesagt, ne. Ich bin halt sehr confused, was mir das Aiming mit Shalin angeht. Also, don't judge me. Ich spiele den Champ halt nie. Und Shalin ist wirklich ein Champ. Finde ich, da braucht man ein bisschen Übung mit. Zack, haben wir die Maeve bekommen. Solche Snipes und solche Spielen mega nice. So. Oh mein Gott. Sehr nice. Und gegen die Wand genagelt, wo sie dashen wollte. Feels bad. Sehr schön. Oh Gott, jetzt stehe ich gegen die Palme. Puh. Okay. Sehr nice. Läuft eigentlich ganz solide bis jetzt. Ah, jetzt müssen wir gucken. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir doch lieber links hin. Jetzt würden wir gleich eh wieder die Maeve Ulti kassieren. Bisschen mit Third Person hier rumschmuggeln. Oh, jetzt sehen wir sie halt nicht. Oh, das hätte man besser machen können. Oh Gott. Dieser Push, ne? Dieser Double Push. Da machst du halt nichts. Ja, nicht gut. Das sieht nicht gut aus gerade wieder. Also irgendwie können wir punkten nie cappen. Weiß nicht. Wir werden halt hier geflankt die ganze Zeit. Und das ist das große Problem. Oh, come on, please. Naja, der Sniper ist eigentlich nicht das Problem. Das Game. Also, weil ich hab's, ich hab den Sniper vorher weggeholt. Da sind auch alle trotzdem gestorben. Da ist nicht genug Zeit, um die wegzuflanken. Es ist zu viel. Es ist zu much. Oh, es ist halt so mit Ash. Also, das ist halt wirklich so ein Champ für Leute, die absolut keinen Aim haben. Also, die ganze Zeit einfach nur die ist reingesmuggeln. Okay, da bin ich jetzt in dem Gang gewesen. Aber dieser Splash-Damage ist so fucking sick. Oh Gott. Wenn wir mal ein paar Hits treffen würden. Holy shit, sie war fast down. Warum springe ich jetzt hier runter? Ach, bitte. Was war das? Holy shit. Mehr Luck als Verstand. Oh, den Killer hätte ich doch safe noch bekommen. So. Ja, gut. Na, wie gesagt. Man lädt ja auch mal Hunden hoch, wo man verliert. Und hier kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut behaupten, dass, ja, das Team halt nichts gemacht hat. Also, keine Ahnung. Dredge 3,13. Ja, wir haben eigentlich einen ganz okayen Job gemacht mit 15,8. Kann man sich nicht beschweren. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Ciao.